Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 11. Februar. Wir sind wieder am Start und man muss feststellen, dass die Turbulenzen, kann man ja fast schon sagen, hier unverändert anhalten an den Märkten. Also in gewissen Erholungen vom gestrigen Tag, beziehungsweise immer wieder mal Tendenzen einer leichten Stabilisierung werden hier umgehend relativiert. Und wie wirkt sich das am Währungsmarkt aus? Natürlich in eine Flucht des Yens, wie so häufig. Man stellt ganz klar fest, dass hier der Abgabedruck bei verschiedenen Währungen, die in Yen gehandelt werden, vielmehr hier enorm ist. Wir hatten gestern Euro-Yen im Stream, zugegebenermaßen, da war die ADR abgearbeitet, der direkte Anschlussdruck fehlte. Aber wenn man sich den Shot jetzt anschaut, dann sieht man, dass da direkt in der Nacht auch hier nochmal einiges draufgelegt wurde. Gen Süden, der Euro gegenüber dem japanischen Yen, ja auch heute bereits wieder mit über 164 Pips gelaufen und auch hier die True Range abgearbeitet. Aber wie Sie im Desk sehen, soll der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus stehen. Und auch der heute wieder sogar mehr als der Euro gegenüber dem japanischen Yen unter Druck. Bereits 194 Pips sind wir hier gelaufen. Das ist hier die heutige Tageskerze. Und hier sehen wir, und da müssen wir direkt mal einsteigen, den Wochenchart, der Wochenintervall des Währungspars. Und hier, das war eine maßgebliche Unterstützung. 116 Roundabout, 116,50. Diese Zone auf jeden Fall hier, diese grüne Unterstützungslinie, die stand in der Woche schon mal im Fokus nach dem Motto, hey, wenn das Währungspaar sich dort stabilisieren könnte, wäre die Chance gegeben eines Reboundes, wie in der Vergangenheit eben schon oft geschehen. Doch, wenn es nach unten durchsegelt, und da sehen Sie hier gerade aktuell in dieser Handelswoche, dann gibt es so recht auf dem Weg in den Süden nicht wirklich Unterstützungsbereiche, die man hier ausloten kann. Und man muss interpretieren, schlussfolgern, dass jetzt mit diesem Wochenausbruch nach unten, und da können auch in der kommenden Woche oder auch die Woche drauf, Erholungsbewegungen stattfinden. Aber rein technisch hat sich die Abwärtsbewegung, die hier seit Sommer letzten Jahres Einzug gehalten hat, hier durch diese Trendlinie sehr schön zu symbolisieren, hier mit einem Trendfortsetzungssignal sozusagen weiter ausgedehnt. Und jetzt ist davon auszugehen, dass der Markt hier, ja, konservativ gesprochen, erstmal den Bereich um 110 ansteuert, aber vielmehr eine eigentliche Unterstützung, wenn man sie denn so sucht im Chart, ist eigentlich hier erst bei 135 etwa auszumachen. Eine Etage tiefer wäre dann hier dieser Bereich um 130 etwa. Machen Sie das nicht hier gerade im Wochenstart auf den Pip fest, aber das mal hier so die Stationen, die der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen grundsätzlich vor sich hat. Also, jegliche Erholung, und das muss gar nicht so direkt kommen, ich meine, kleine Impulse nach oben dürften hier letztlich zu einer weiteren Korrekturtendenz führen. Ich mache mal den Pfeil blau, vorausgesetzt, es gibt jetzt hier heute Schrägstrichen in der kommenden Zeit auch tatsächlich noch einen Erholungsimpuls, weil man kann auch nicht ausschließen, dass die Talfahrt hier direkt sozusagen eine weitere Beschleunigung aufnimmt und sich hier sozusagen nach unten weiter fortsetzt. Das kann man nicht ausschließen, der Druck vielmehr ist derzeit enorm hoch, deswegen machen wir auch hier direkt aus dieser einzelnen Unterstützungslinie eine Widerstandslinie, also rot das Ganze, und das symbolisiert jetzt hier viel mehr oder weniger den klaren Widerstandsbereich, den wir jetzt hier auf der Nordseite haben. US-Dollar-Yen erst wieder mit dem Hauch einer bullischen Chance, wenn er hier über 116 rausgeht per Wochenschluss, wohl bemerkt. Dann hätte man hier ein technisches Potenzial in Richtung 122, wenn es denn so kommt. Davon ist aber aktuell eher weniger auszugehen, der Markt hier dermaßen unter Druck und auch wenn man sich die Aktienindizes anschaut, erinnert sich sich da an die DAX-Analyse aus der letzten Woche. Da ist noch Luft nach unten, es sieht so aus, als würden hier die Indizes durchaus noch ein Stück weiter nachgeben können. Die immer mal wieder angedachte Korrektur ist also jetzt hier im vollen Gange, das schon seit einiger Zeit, jetzt hier mit derbe Beschleunigung und insofern kann sich das auch noch weiter zuspitzen, meine Liebenzuschauer. Der ein oder andere Staatsfonds, der ein oder andere Hedgefonds, der ein oder andere Vermögensverwalter wird auch jetzt hier zusehen, möglichst rauszukommen aus Gewinnpositionen, die in den Vorjahren ausgebaut wurden, was ergo hier den Abwärtsdruck noch beschleunigen könnte, beschleunigen dürfte. Es sieht also hier tatsächlich so aus, als wäre die Talfahrt noch nicht beendet und das machen wir auch direkt mal fix hier im Tagesschart. Schauen Sie sich das an, eine schöne Erholungsbewegung nochmal in Richtung 116, 116, 117 oder 116, 50, 117, das wäre hier nochmal ein schöner Impuls gewesen, um irgendwie short reinzukommen, eben mit Aufgabe dieser Unterstützung. Aber Sie sehen, der Zug in Süden nimmt hier direkt Fahrt auf. Ich kann nur alle beglückwünschen, die hier schon rechtzeitig reingesprungen sind, denn, wie gesagt, hier sieht man auch im Tagesschart die schon eben im Wochenschart benannten Unterstützung. Hier bei 110 lässt sich eine leichte ausmachen, die nächste dann eben ein Stück weit tiefer, 135 etwa. Das sind Zonen, die müsste, sollte der Yen jetzt hier ansteuern, der US-LG mit dem japanischen Yen, hier dann gegebenenfalls immer leichte Stabilisierungsimpulse, um dann aber letztlich hier den Weg gegen Süden wohl oder übel weiter fortzusetzen. Denken Sie auch hier immer an die Korrelationen der Aktienmarkt, solange er schwach bleibt, dürfte hier den US-Dollar-Yen mit dem japanischen Yen unter Druck setzen. Erst wenn es hier wirkliche Signale gibt und dann kann man so ein bisschen den Gleichlauf der Märkte beobachten, erst wenn es hier wieder Stabilisierungstendenzen gibt und auch die Aktienkurse anziehen, dann ist davon auszugehen, dass US-Dollar-Yen auch wieder nach oben auftritt. Das ist nun mal hier die Tatsache, die sich hier am Tagesschart ableiten lässt. Im Stundenschart sind wir jetzt unterwegs und der sieht hier auch schon sehr überdehnt aus. Wir haben hier einen deutlichen Abgang vom Daily Pivot Point. Wir haben auch das Support Level 2 schon unterschritten vom heutigen Pivotpunkt ausgehend. Im Sinne der Ausdehnung wäre hier noch ein Touch in Richtung 110,53 möglich. Aber vergessen Sie nicht, wie gesagt, wir sind jetzt schon 194 Pips gelaufen. Das Währungspaar im Schnitt, ja die Volatilität hat angezogen, aber so zwischen 150 Pips bislang am Tag unterwegs, aber allein gestern gab es auch schon wieder über 200 Pips. Also die Bewegungen in Richtung Süden sind derzeit sehr, sehr enorm und wer hier oben reingekommen ist, einen Ausbruch nach unten gehandelt hat und der war definitiv auch ein Plan B für den Fall, dass man hier mit einer Aufgabe der Unterstützung rechnen musste. Dann ist es hier tatsächlich jetzt sozusagen das Eldorado für alle Shorties im Sinne dessen auch, dass natürlich der Aktienmarkt entsprechend Short zu handeln ist. Die Saisonalität, die wir einst bei den US-Dollar und Yen im Bezug nahmen oder auch bei den anderen Yen-Pairs, die ist natürlich hier völlig unakt dazu legen. Ich zeige Ihnen hier nochmal den Chart. Das ist jetzt hier mehr die Blaupause im optimalsten Falle. Man sieht hier, wir haben generell seit Anfang Februar eine positive Saisonalität gehabt bei vielen Yen-Pairs, also Ende Januar, Anfang Februar, die Tendenzen hier für anziehende Preisbewegungen. Die Saisonalität ist keine Blaupause für die Zukunft, das zeigt jetzt hier das aktuelle Geschehen ganz klar, aber in den vergangenen 8 bis 10, teilweise sogar bis 14 Jahren gab es eine überwiegende ansteigende Performance bei Paaren, die in Yen gehandelt werden, also ergo eine Yen-Schwäche. Dieses Jahr passt es nicht, unterstreicht einfach nur, dass auch Saisonalitäten keine 100% Garantie für Entwicklungen sind, aber wie gesagt, dahin immer wieder auch den Kontext betrachten. Saisonalität ist eins, technische Analyse ist eins und der aktuelle Preisschart ist das andere und das ist aber das, woran man sich orientieren sollte und wenn es eben zu einer Aufgabe und einer signifikanten Unterstützung kommt, wie beim US-Dollar-Yen, dann ist die Talfahrt gen Süden nun mal eingeleitet. Also, die Talfahrt geht weiter, alle Yen-Pairs hier mit neuen Tagestiefs, Sie sehen es auch hier jetzt rechts oben, hier ist noch kein Boden gefunden, die Schleusen sind geöffnet und wie gesagt, hier kurzfristiges Ziel, liegt hier sogar auch erstmal noch knapp 150 Pips tiefer vom aktuellen Niveau ausgehend. Also, wo das heute endet, das werden wir später wissen, aber auf jeden Fall enormer Druck am Forex-Markt und wer davon partizipiert, auch das hatten wir unlängst beleuchtet, hier links unten der Goldpreis, enorm stark, jetzt auch schon deutlich über 1200 Dollar abgesetzt. Wenn wir so aus der Woche gehen, meine lieben Zuschauer, deutlich über 1200 Dollar das Gold, dann haben wir hier ein taktisches Kaufsignal auf Wochenbasis, ganz großes Thema. Goldpreis wird wahrscheinlich morgen noch mal im Devisenradar im Fokus stehen, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann haben wir hier tatsächlich eine Renaissance des Goldpreises und zwar eine signifikante. Darauf können wir uns freuen, wer Goldliebhaber ist, beziehungsweise Gold handelt oder jetzt sogar auf der Long-Seite schon steht. Glückwunsch an dieser Stelle. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und auf bald. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und auf bald.